Servus Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute stelle ich euch den besten Gaming Laptop für 600 Euro im Juni 2015 vor. Aktuell ist das der MSI GP60 in der Ausstattungsvariante 0016GH SKU15. Im Gegensatz zu allen anderen Laptops in dieser Preisklasse hat er keine Stromspar-CPU, sondern eine vollwertige Mobile-CPU, was für einen enormen Geschwindigkeitsvorteil gesorgt. Während die hier eingebaute i5-4210H-CPU eine Basistaktrate von 2,9GHz hat, besitzt das Stromspar-Pendant, welches durch ein U hinter der Modellbeschreibung gekennzeichnet wird, nur 1,7GHz, also in etwa die Hälfte. Wenn man sich einen aktuellen Test von notebookcheck.com ansieht, wird man feststellen, dass diese CPU sogar schneller ist als die meisten bzw. alle Stromspar-CPUs vom Typ i7. Als Grafikkarte steht eine GTX 840M zur Verfügung, welche man in dieser Laptoppreisklasse sonst nur ziemlich selten antrifft. Diese Grafikkarte sollte genug Leistung bieten, um alle aktuellen Spiele in mittleren bis hohen Einstellungen auf 720p flüssig spielen zu können. In dieser Preisklasse gibt es kein anderes Notebook mit einer besseren Grafikkarte. Zusätzlich hat das Notebook 8GB RAM, was für alle Anwendungen und Spiele mehr als ausreichend ist. Als Festplatte kommt eine 500GB HDD zum Einsatz, die genug Platz für die Steam-Bibliothek, das Betriebssystem und alle anderen Programme bieten sollte. Das Sahnehäubchen ist jedoch das Display, denn dieses löst mit Full-HD-Auflösung, also 1080p auf, während die Mehrheit der Konkurrenzmodelle nur ein 720p Display verbaut hat. Alles in allem gibt es derzeit kein Notebook in dieser Preisklasse, welches diesem Notebook auch nur annähernd das Wasser reichen kann, also eine bessere Grafikleistung aufweist und zusätzlich kein Flaschenhals bei der CPU-Leistung hat. Was noch erwähnt werden sollte, wer Lust hat, kann bei diesem Notebook ohne viel Aufwand zusätzlich zur schon installierten Festplatte noch eine SSD nachrüsten, da auf der Hauptplatine ein mSATA-Slot vorhanden ist. Ein Video, wo ausführlich erklärt wird, wie man eine SSD in genau diesem Notebook nachrüstet, verlinke ich in der Beschreibung. Dieses Notebook kommt ohne Windows-Lizenz. Diese findet man jedoch kostengünstig auf Ebay und auch sonst irgendwo im Internet für ca. 20€. Eine Windows 7 Lizenz ist komplett ausreichend, da Microsoft bekannt gegeben hat, dass Windows 7 und Windows 8 PCs kostenlos auf Windows 10 upgraden können. Das ist also der beste 600€ Gaming Laptop. Wenn ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Alle Tests und natürlich der Link zum Preisvergleich für diesen Laptop findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.